Ich bin eine Maschine. Ich hab das Blaue geraten. Ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Live is Strange, heute am Diner. Ich habe ein Ventilator im Hintergrund laufen, sonst ist es hier nicht auszuhalten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm und es wird ein kleines Rausch wahrscheinlich geben, aber es wird nicht so furchtbar sein. Wir sehen uns jetzt mit dieser Frau an. Ich bin ein paar Jahre altes Haus, nur für ein zweites Job. Sind die Dinge so schlimm hier? Wo sind die Dinge gut? Ich kann sogar nicht leben hier leben. Well, gut luck. Danke, ich sicher braucht es. Ah ok, er ist sehr optimistisch Über sein Lotterieticket Ähm, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen auf dem Parkplatz um Ich nehme mal an, wir können hier nichts machen, aber wir gucken trotzdem mal an diesen Autos vorbei Ob hier irgendwas, vielleicht liegt hier irgendwas, was wir benutzen können oder was wir legen, äh nehmen können Ähm, da ist ein Hund Stopp das, stopp, kein Barsch Ok Ah, warte, jetzt habe ich das Gebilde nicht mehr Mist, jetzt habe ich das nicht gehört, was der Typ gesagt hat Ähm, oh 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 Mann, Alter, das ist das Wohnmobil Ach du Scheiße, das ist das, was wir drauf gemalt haben Der Typ ist ja nicht gerade sehr freundlich aus, deswegen habe ich das Gefühl, dass wir irgendeine Probleme bekommen werden Hi, wer ist das Flyer? Schau mal an all diese Flyer Es ist so schade, dass niemand sie lesen kann Dürren nicht in der Bucht Dürren, ach Dürren in der Bucht Achso, wer ist er hier? Achso? 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 Achso! Achso? Als du dir mich balancesst? Achso? Nun sie Prescott und ihre finanINDen Fiend als rummunterraschludern ? Mhm Hm. Happy Fishing out there. Oh man. I think I've talked my quota for the year. Oh man, das ist echt traurig. Diese Prescotts regen mich langsam echt ziemlich auf. Wir gehen in das Diner. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware, makes me feel 13 again. Okay. Good lord. Talk about apocalyptic. Oh, that brings back memories. Chloe and I loved the parade. Wir können jetzt hier einen Haufen Leute ansprechen, habe ich das Gefühl. Hör auf. Did you catch any bigger ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Ah, die sind ja alle echt ein bisschen... Die sind alle echt ein bisschen sad drauf hier. Ähm, komische Frau. Oh. I always wonder what people think about when I eat alone. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast day. Okay, help. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. This guy has serious coronas. Why does that so not sound fun? Moby Dick tourn? Moby Dick tourn? Was ist das denn für ein Müll? Was ist das denn für ein Müll? Oh man. Ähm, who is this? I might make Chloe check this out with me. Was ist zu Bigfoot? Noch mehr Müll? Okay. Wo ist der? Okay. The poster doesn't mention whacked students with guns. Okay. Wir wissen alle. Nathan Prescott is a Narschloch. Kate Mars lost you a long time. Flushed before... Oh my god. That graffiti has been here forever. Oh je Jesus. Rachel's was? Gross. Rachel, ey. Was? Oh, it's me. Kann man das nicht wegmachen? Rachel? War Rachel nicht die? Oh, Kate war die. Ach so. Dann, ähm. Okay. Warum nicht Toilettenfotos? Wäre mal nichts neues, ne? Na okay. Ich scherze nur. Schönes Auto. Warte, Moment. Einen Moment. Warte. Was sehe ich da? Können wir ein Foto von deiner machen? Moment. Okay. Danke, Redneck Poet. Okay, das war echt gut, der Spruch. Der war echt gut. Der war super gut. Ähm. Eine Sekunde mal. Ich kann auch mal rausgehen, aber ich kann nicht jetzt ein Foto von diesem... Wo ist denn diese... Flosse? Ah, jetzt! Aber, aber ich bin... Jetzt Foto. Ksching. Da melden wir mal. Wo man hier die ganzen Fotos findet. Ja, und der ist da. Warte mal, und jetzt... Ähm. Knochen und... 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 Aber hier wird auch kein Knochen sein, oder? Weil hier der Hund ist. Vielleicht von der anderen Seite dann später. Okay, aber ich glaube, wir gehen erstmal wieder ins Deiner, weil das ist ja schließlich unsere Hauptaufgabe. Wir gehen ins Deiner-Bag. Rein da? Oh Gott, diese Jukebox. Okay. Oh! Oh! Na ja. Okay. Da war ein T-Shirt. Ich würde ein Knochen kaufen, aber... Sie sind so verdammt Tourist. Du wirst nie wissen, wie weird diese Stadt ist, mit diesen Postkarten. Das stimmt. Das ist ne komische Stadt. Den Typ anzusprechen, sieht mir ein bisschen blöd, aber... Oh. Der Typ sieht so glücklich. Was willst du? Ich fühle mich wie Scheiße. Zu viel Bier. Also schreib mir bitte. Lass mich ruhig. Oh ja, ich habe einen Summe. Der Typ sieht besser aus als der Wannabe-Kopf, David Madsen. Hallo, Herr. Hi, Frau Frau. Sie sind ein bisschen verletzt. Ich bin nur... Ich bin nur hungry und ich denke, was zu essen. Das ist ein reales Problem, in den, äh, Two Wells. Ich kann niemals entscheiden. Joyce ist Pumpkin Pie oder Grilled Mac & Cheese. Wie gut du kennst, Joyce? Ich weiß. Her Herzen grub. Jeder kommt hierher. Wir sind hierher. Wir sind hierher. Und Joyce, wie sie unsere... unsere Mutter. Wir sind hierher. Also, du kennst dich Khloe? Sie sind hierher. Ja, das ist nicht so schlecht. Sie sind hierher. Sie haben viele Schmerzen. Sie haben nur etwas Schmerzen. Sie haben nur ein Schmerzen. Sie haben nur ein Schmerzen. Sie haben ja auch, dass Chloe hauen. Ich glaube, dass Chloe mögen es. Ich bin nur ein Schmerzen. Aber ich bin einfach eine Schmerzen, nicht eine Psychische. Ich glaube, Sie sind mit David Madsen. Er hat seine Lande gefunden. Er hat seine Lieblingskollegen in Blackwell. At der Station, wir sind glücklich. David ist genau wo er ist. Nicht jeder kann ein Cop sein. Ich muss jetzt gehen. Enjoy dein Frühstück. By the way, eine Sache ich kann Ihnen sagen, ist, dass du weg von der R.B. outside bist. Ich meistens stehe von sketchy, Parked-Vehicles. Was ist die Politik. Der Mann, der in den es wohnt, Frank, ist ziemlich sketchy selbst. Das ist alles, was ich für heute sagen kann. Ich muss mich auf meine Coffee und arbeiten. Ich würde dich über den Kaffee lesen, aber ich würde lieber in Silenz und in Solitude trinken. Nicht schlecht. Ein netter Polizist. EGW-Fahrer. Ich würde nicht einen Tag als Trucker lasten. Diese Rigs sind zu verdammt groß. Trucker haben so eine romantische Leben. Sie sind immer auf der Straße. Ich fühle mich nicht, wie ich jetzt sprechen. Ich muss einen Räumen an meinen Kopf herstellen. Über und jetzt. Oh Mann, Trucker-Humor. Hallo? Pardon moi, aber du bist in meinem Augenblick. Soll ich mich nicht entschuldigen? Ich weiß nicht. Ist nicht alles in hier mit einem Augenblick? Ich bin nicht auf deinem Ton. Du klingt wie Joyce. Wie klingt Joyce? Bossig und smartass. Wie du. Oh. Oh. Drool, ich will alles. Drool, ich will alles. Ich habe mir gedacht, dass ich die Jukebox ändere, kriege ich Ärger. Ich habe einen Tag. Wie apropos. Aber keinen Fall. Moment, wenn ich die Jukebox ändere, kriege ich noch ein bestimmter Haufen manches. Kann ich ihn auch mal benutzen? Ich mag das Lied nicht. Ich habe dich, Babe. Wie apropos. Aber keinen Fall. Schade. Ich hätte so eine Gitarre umändern müssen, nicht so ein Banjo. Ist das okay? Unsere Familie ging niemals gut. Sieht gut. Ich kann natürlich nicht die Nische pflanzen, oder? Und da ist sie. Eine lustige Frau. Wie bist du, Max? Hi, Joyce. Es ist schön zu sehen, dich wieder. Du siehst das gleiche. Wie ich noch eine Wunderschöne an zwei Wahlen, nach all diesen Jahren. Nein, wie du siehst noch schön. Ich habe eine Wunderschöne an. Ich habe eine Wunderschöne an. Ich habe eine Wunderschöne an. Sie sind noch eine Wunderschöne an. Aber nicht so eine Wunderschöne an. Jetzt hast du dich verraten, für einen Schöne an. Ich habe die ganze Geschichte aus David gehört. Ich bin sorry, das war wie du ihn hast. Er ist ein guter Mann. No matter was, Chloe sagt. Ja, ich bin sicher. Ich habe gar nicht verraten, wie immer. Es war fast ein Verrug. Es war sehr dummer. Ich bin sorry. Es hat mich sehr gefühlt. Ich habe mir gedacht, dass du ein guter Influenz in ihrer Leben warst. Ich werde. Ich werde. Ich weiß, dass Dinge schwer für dich und Chloe waren. Ich fühle mich schlecht, dass ich nicht ringe. Jetzt meine Leute sind in Seattle, und ich bin alle alleine bei Blackwell. Das ist mein Karma. Du hast das richtig gemacht. Du hast mit deinem Leben verraten. Ich habe, nach dem William verraten. Chloe? Chloe? Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe must have changed a lot during that time. Oh, she hid all the phases. Expulsion. Running away. Drugs. Bad boys. Tattoos. Piercings. Blue hair. Now she's gotta rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. I get it, Joyce. I know Chloe still likes to stir things up. Yeah, she does provoke people. Especially David. I just want us to be a family soon. I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So, now let's get down to the nitty gritty. What do you want to eat? I was dreaming about your bacon omelet. Now finish your coffee. One bacon omelet for the young lady staff. Okay. The only thing that's changed on the menu are the prices. Oh Gott. Das ist viel. I love the delicious anticipation of Breck. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually can now. Oh nein. But then it wouldn't be a moment. That's why I can't a photo make? Ne. Oh yes, black coffee. You will be mine. No beer? It looks like you had plenty. Stick with bacon. Oh, mies. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back and die. The dude is unruhig. I can see that already. Order ready. No beer? What kind of dive is this? Oh oh, the provozient hard. This is like fourth dimensional deja vu. What? Rumbling from here, Max. Here. You'll love this. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe... Speak to the devil. Oh, I really can't see it. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. Are you a tonine for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl. A woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. Ouch. Mieses Temperament. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Oh, no. No. Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see. Okay, Max. Impress me. Ähm. Ähm. Was? Ähm. Ich, äh, weiß nicht. Hau um mir! Ähm. Some old chewing gum? Nada. Not impressed. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Oh, jetzt kann ich aber gleich begrinden, ne? Wer, wer, wer ist jetzt der Schlüssel? Das war beyond epic fail. You even made me want to believe you. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Hm. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that irish luck call field. What else? I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Foooooooh. Sieben. Seven cigarettes. A super power that allows you to count cigarettes. Yes. Something else in my pockets? Hm. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? 86 cents. That's right. Living large in Arcadia Bay. So, that was cool. Show me what? And now, where the parking ticket is left. You know me well. But what is the exact time I was busted? 10.34 a.m. Booyah! Max can tell time. Alter, ich bin so genial. Ich bin eine Maschine. Ich hab ins Blaue geraten. Mann, bin ich ideal. Hm. Du hast die Macht. Ich nehme das Scheiße aus dem Tisch, Chloe. Natürlich, Mom. Wie ist das Essen, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You, you have to show me more. Something way cooler, so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments. So you can dazzle Chloe with your mad power. Kaffee, der Typ. Did you break another cup? Really? No refill for you. Psst. Now I'm gonna take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Okay, passiert noch was? This is sure the hell better than that other garbage. I thank God, you foxes headed for Davy Jones' locker. So, what are you waiting for? Now, pay attention to everything that happens in the next few months. So you can dazzle Chloe with your mad power. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarre, Alex. But let's see if everything happens, like you said. I haven't noticed that. That's why. Oops. That's why we're finishing it. Trevor and Justin must be in love. It's all the Kakerlake. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time and boom! It's like it never happened. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes. That's what I did. Who can rewind time, Max? That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again. Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Okay, Supergirl. Let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go. And what do we do? Come on. Before mom starts some more shit. Let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see everyday at school? I see how you roll. So go ahead. Chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Oh, come, alter. Hey Kate. What's up? Please don't let your best friend get in the way. You okay? I promise Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. It sucks that Chloe and Joyce got into an argument. I'm a Wolverine. Yes, please. Is this a race? Keep up. Wie viele Mal werden Sie mich verletzt? Das depends auf Sie und wie gut Sie machen in dieser Phase des Test. Willkommen zu Amerikan Rust, mein Haus aus dem Hell. Raw and rough. Es suits Sie. Max, Sie wissen, wie großartig das ist? Ich komme meine beste Freundin zurück und sie ist auch super-sized. Wir wissen nicht für wie lange. Das ist genau das, warum es Zeit für Spaß ist. Wunderschöne? Ich bin über die Ausgabe, Chloe. Es freaks mich auf, dass Sie eine haben. Sie glauben mir? Ja, aber nicht die Ausgabe. Sie haben mehr Macht als die Armee. Keine Angst, wir brauchen es für die Test. Drink? Du bist so schön. Du hast es nicht mehr geändert. Okay, wir machen das. Kannst du 5 Bauten finden, während ich die Schüttungsränge brauche? Bier und Schäuze? Ein schönes Kombi. Du kannst es anhandeln. Jetzt, geh uns 5 Bauten finden. Bitte, bitte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.